Herr Kollege Bistron, wenn Sie hier schon das Wort Arschloch verwenden, können Sie bitte noch einmal klarstellen, dass Sie damit nicht den früheren Außenminister bezeichnet haben. Das kann ich nicht klarstellen, aber das war ein Zugehörer. Wenn Sie den früheren Außenminister als Arschloch bezeichnen, dann erteile ich Ihnen einen Ordnungsruf.